5 Grad beim Wegfahren heute aus Wiener Neustadt. Mit dem Motorrad in der Kärtner Straße. Auch eine Premiere für mich und für den Michael G sicher auch. Wir holen uns heute kein Motorrad ab, wir holen uns keinen Helm ab, keine Handschuhe oder sonst irgendein Motorrad-Utensil, sondern wir holen uns, das freut mich sehr, eine Uhr ab. Ich bin nämlich, wie vielleicht einige von euch wissen, ein unglaublicher Uhren-Fan. Leider hält mein finanzieller Status nicht ganz mit meiner Leidenschaft mit und deshalb bin ich natürlich umso erfreuter, dass wir eine Kooperation mit Tissot eingegangen sind. Das ist eine echt große Ehre und dass wir, die Redaktion, mit Uhren der Marke Tissot ausgestattet werden. Ich darf mir meine heute direkt aus Wien abholen, aus diesem Department Store hier auf der Kärntner Straße und bin schon gespannt, was ich bekomme. Gehen wir mal rein. Tissot über die Kärntner Straße im Null. Morgen. Guten Morgen. Grüß Gott. 1000 PS, Christoph Lentsch. Hallo, freut mich. Hallo. Grüß dich. Genau, gleich vielleicht eine Frage. Motorrad-Business sind alle per du. Ist das okay? Natürlich. Freut mich. Weil das Uhren-Business ist ein etwas Feineres, sage ich jetzt mal. Ich bin ja seit meiner Kindheit riesiger Uhren-Fan. Und bis heute habe ich eine kleine Sammlung angelegt. Die hat sich wieder reduziert beim Hausbau. Das kennt man ja. Aber ich bin schon ganz gespannt, welche Uhr ich jetzt mal in meine Sammlung aufnehmen darf von Tissot. Können wir mal kurz zur Marke ein bisschen was besprechen. Tissot gehört, glaube ich, auch zur Swatch Group. Ja, der Swatch Group ist der größte Uhrenproduzent der Welt. Mit vielen, vielen Marken. Angefangen von Blickfrack ganz unten bis Breguet-Boutique ganz oben. Ja. Das ist, glaube ich, auch da drüben gibt es eine Breguet-Boutique und so. Da bin ich auch schon oft weinenden Auges vorbeigegangen. Nein, aber wir sind bei Tissot und ja, wir sind stolz bei Tissot zu sein. Und das ist auch einer der wenigen Marken, es fällt mir eigentlich kaum noch eine ein, die sich wirklich so im Motorrad-Sport engagiert. Genau. Also wir sind seit mehr als 20 Jahren Partner des Motor-GP, Motorrad-Sport, auch Superbike und so weiter, alles was dazugehört. Das heißt, wir sind mit den Modellen, mit dem Auftreten authentisch. Wir sind eigentlich schon immer dabei. Ja. Es gibt auch viele Fahrer-Editions, sag ich jetzt mal, limitierte. Das heißt, wenn man die über die Jahre sammelt, dann hat man was, was nie wieder geben wird. Ich habe da im Internet natürlich auch schon viel recherchiert dazu. Eine Galerie habe ich auch schon angelegt mit meinen Lieblingsmodellen. Und da sind jetzt nicht nur unbedingt die wirklich dezidierten T-Race-Modelle dabei, sondern auch ein paar Klassiker. Ich stehe ja ganz schwer auf diese Mechanik dieser Uhren. Können wir da mal kurz auch uns andere Modelle anschauen? Natürlich. Sie haben hier beispielsweise, wenn Sie sagen, Sie stehen auf Klassik oder auf Automatik. Schweizer Uhren verbindet man mit Automatik. Dann haben wir hier zum Beispiel unsere Le Locke. Das ist unsere bekannteste und auch umsatzstärkste Serie im Automatikbereich. Wurde aufgelegt zum 150 Jahre Jubiläum der Marke. Hat einen speziellen Gehäuseboden. Und das Interessante, das Zifferblatt wurde nach der Uhr in Le Locke, also der Turmuhr in Le Locke nachempfunden. Das heißt, der Designer ist gesessen und sich überlegt, was mache ich da für ein Zifferblatt. Hat beim Fenster rausgeschaut, hat diese Turmuhr gesehen. Und das war dann der Hintergrund, warum diese Uhr so ausschaut, wie sie hier ist. Ich habe da jetzt auch was gesehen. 80 Stunden Gangreserve. Das heißt, wenn die Feder in der Uhr voll aufgezogen ist, rennt die über drei Tage lang durch. Richtig, ja. Hintergrund ist, dass man diese Uhr am Freitag, wenn sie eine elegante Uhr ist, wie diese Schmeiderellis, drei Tage runterlegt und am Montag wieder anziehen kann, wenn man ins Büro geht. Und sie läuft noch immer. Das ist wieder etwas, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Automatikuhren gibt es viele. Wir haben auch in unserem Logo zum Beispiel, Sie sehen es, das T und die Schweizer Kreuz. Wir sagen immer, das ist T+. Wir geben immer einen Mehrwert dazu. Dieser hat immer etwas Besonderes. Zum Preis, der eigentlich umschlagbar ist. Das stimmt. Also Preis-Leistungs-Verhältnis fallen mir wenige Uhren ein, die das leisten. Es gibt einige, die natürlich ab Werk verkaufen und solche Scherze oder Internetbestellung. Aber da sind wir halt wirklich in einem Geschäft, können uns das alles anschauen und angreifen. Und ich empfehle immer, wenn mich jemand nach meinem Rat fragt, dass man sich die Uhren live anschaut. Es wirkt live immer anders als ein Foto. Ich kenne kaum Fotos, die das widerspiegeln, was man dann wirklich in der Hand hat. Ja. Eine Uhr ist ein emotionales Produkt. Das muss man anziehen. Es gibt wenig, was man wie eine Uhr täglich auf der Haut trägt. Man wechselt täglich die Socken, die Unterwäsche, aber die Uhr hat man täglich am Handgelenk. Und es ist erwiesen, bis zu 80, 90 Mal pro Tag schaut der Mensch auf die Uhr. Also es gibt wenige Produkte, die so emotional mit dem Körper verbunden sind. Das ist übrigens das, was angeblich echte Uhrenfans auszeichnet. Die schauen 90 Mal auf die Uhr, wissen dann aber nur zwei Mal, wie spät es ist. Wenn sie die Uhr gerne anschauen. Das ist bei mir natürlich so. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Fliegeruhren, also diese Fluginstrumenten nachempfundene Uhren. Das ist unsere größte Uhr mit 45 Millimeter Durchmesser. Die ist jetzt in Basel vorgestellt worden, neuer Markt. Auch unsere Werbelinie im Moment, weil das ganz einfach den Zeitgeist widerspiegelt. Das sind handgenähte Lederbänder, auch sehr, sehr hochwertig ausgeführt. Alles natürlich mit Saphirglas, wasserdicht, also alles, was für die so steht. Qualität an erster Stelle und dann natürlich die Optik und das Aussehen. Also das fasst mich übrigens, habe ich bei fast allen gesehen, Saphirglas, weil das echt teuer ist. Also normalerweise wird Hesalitglas zum Beispiel oder Minerallglas. Und bei euch fasst alles mit dem sehr kratzten Uhren. Alle? Alle Uhren in dieser Kollektion sind wasserdicht, haben Saphirglas, wir verwenden 316 Edelstahl. Alle Steinchen, die Sie hier sehen, sind alles echte Diamanten. Das heißt, wir haben hochwertigste Qualität zu einem wunderbaren Preis. Ein Slogan von uns, Gold Value, Silver Price. Da sind wir zu Hause. Wir sind der Eintritt ins Luxussegment und bieten auch alles, was unter Anführungszeichen teurere Uhren auch haben wird, für die breite Masse. Vielleicht noch eine kleine Überleitung. Nicht nur hohe Qualität, hohe Handwerkskunst, sondern auch sehr innovativ. Genau. Ganz bekannt ist die so jetzt geworden über die T-Touch Kollektion. Was ist das genau? Die T-Touch ist die erste taktile Uhr, so wie sie offiziell heißt. Das heißt, die erste Uhr, die über die Berührung des Zifferplatzes gesteuert wird. Man glaubt es nicht. Gebracht haben wir, daran sieht, haben wir diese Uhr 1999. Das war Jahre bevor irgendjemand über ein iPhone oder iPad nachgedacht hat. Haben wir schon eine taktile Uhr gehabt, die auch wasserdicht ist und die bis heute eigentlich unser Zugpferd ist oder für die Marke auch für die Innovation steht. Das ist auch das, was wir immer, auch ein Slogan von uns Innovators by Tradition. Wir sind die Innovatoren, wir bringen die neuen Sachen, verwenden aber auch immer wieder unsere mechanische Seite. Wir sind eine Uhrmacher-Marke. Auch das ist etwas, was wir immer wieder erleben oder auch herzeigen wollen. T-Touch und ich glaube die Serie, die sich dem Motorradsport mitnimmt, heißt T-Race. T-Race, genau. Die schauen wir uns jetzt genauer an. Jetzt bin ich schon ungeduldig und aufgeregt. Dann nehmen wir aber gleich jene Uhr, die Sie dann auch bekommen. Aus unserer T-Race-Serie eine Limitierung für Tom Lütti, einem unserer Ambassadors, unserer Testimonials in der MotoGP-Serie. Wir haben auch Lorenzo, Niki Hedden leider nicht mehr und Bradley Smith, die ja auch alle Tissotestimonials sind. Und jährlich gibt es limitierte Sondermodelle für diese Fahrer. Tom Lütti in den Farben seines Rennstalles gelb-schwarz. Und das Besondere für diese Serie ist eigentlich das Design, das sehr, sehr viele Elemente aus dem Motorradsport nimmt. Wie ich vorhin gesagt habe, wir sind authentisch. Wir machen nicht Sport, weil es gerade lustig ist oder in ist. Nein, wir sind der Sport. Wir sind Partner des Sports und daraus entstehen dann diese Uhren. Wenn Sie schauen, die Lunette mit diesen Einkerbungen ist wie die Bremsscheibe eines Motorrades. Diese Frankenschutz da sind wie die Brakes des Motorrades. Die Drücker sind wie die Pedale, also die Stützer des Motorrades. Sie sehen sehr, sehr viele Elemente, auch die Chronographen anzeigen, wie die Instrumententafeln eines Motorrades. Sie haben es jetzt gerade erwähnt, Chronograph, Zeitschreiber, was kann der? Zeitmesser. Zeitmesser, ja. Zehntelsekunde genau, können Sie hier die Zeit stoppen. Wenn Sie wollen, vor dem Fernseher sitzen und mitstoppen. Die Uhr ist hinten nummeriert, limitiert. Sehr, sehr schön, muss ich auch sagen, die Detailarbeit, wie die Bänder hier aufgenommen sind. Dann die Falschließe, normalerweise mit den Federgaben, mit den Nieten, Bandansatz. Und Schweizer Rennfahrer, wir sind jetzt sehr engagiert in der Schweiz. Speziell seit letzter Saison, sind immer wieder dort. Das wird die Schweizer natürlich besonders freuen, dass ich Tom Lütte übertrage. Da ist aber Ihr Reifenprofil, das ist wirklich ganz toll. Und wie gesagt, mit diesem Saphirglas und dem, hier ist das... Das ist ein Rückenglas, damit man die Datumsanzeige besser ablehnt. Ja, ist auch schon 40, ja. Und hier mit den Drückern sieht man, kann man dann... Die Stop-Funktion aktivieren. Genau, aktivieren. Aus der Mitte die Sekunde. Und da sieht man die Zehntelsekunde. Ich finde das immer ganz toll, wenn sich ein Zeiger so schnell bewegt. Und dann kann ich wieder das Ganze rückstellen. Ja, freut sich auch der Michael G, wirklich ein Grenzen im Gesicht. Ich bin echt hoch erfreut, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, da, wie gesagt, einige Uhren mich verlassen haben. Und jetzt endlich eine sportliche Motorraduhr. Es passt ja nicht jede... Das passt ja perfekt. Ja, ist... Schön, oder? Na ja, dann werden wir das in diesen Miniaturhelm wieder schön verpacken, wenn das geht. Das Band kann man dann ziemlich einfach... Das Band wird gekürzt, das wird abgeschickt. Ja. Vorsichtig abschneiden, dass es nicht zu viel wird. Und dann passt es. Es ist auch sehr angenehm zu tragen durch dieses Kalkschirm. Ja. Wir sehen da hier übrigens eine zweite Version. Die ist ein bisschen anders. Und vor allem sie ist so... Das ist die normale und Anführungszeichen normale G-Race mit den gleichen Features, nur nicht limitiert. Auch in einer sehr schönen Version mit diesem Rosé-Gold und Schwarz. Auch sehr in- und auch sehr sportlich. Gibt es hier verschiedene Modelle in Rot-Weiß, in Rosé-Gold, ganz schwarz. Und ich meine, natürlich, man muss schon sagen, jetzt ist etwas runtergefallen, 590 Euro für eine Uhr, das zahlt nicht jeder. Aber ich meine, wenn man sich die genauer anschaut im Detail und was sie kann und wie gesagt, mit Saphirglas und Co. ist das ein Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich schon lang mit den Preisen. Und hier ist der Preis, wenn man es wirklich versteht, weiß oder erklärt bekommt, eigentlich nur meine Lebenshabe. Ja, ich glaube ja auch, ich werde demnächst eine solche Kollektion besorgen. Eine Uhr ist leider nicht da, das ist nämlich meine Favoritin. Das ist diese Weltzeituhr da. Ja, die ist schon ausverkauft. Das war auch sehr limitiertes Modell aus unserer Vergangenheit, zum 100-jährigen Jubiläum. Ja, da muss ich schauen, dass ich es noch irgendwo herkriege. Die Steinuhr, da kann ich mich auch noch erinnern. Stein- und Holzuhren sind jetzt wieder kommen. Die kommen jetzt. Ja, Holzuhren kommen wieder, Steinuhren kommen wieder. Sie sehen, wir waren in vielen Dingen die Ersten, die auch mit diesen unüblichen Materialien gearbeitet haben. Stein, Holz, Perl, all die Dinge. Formel 1 Uhr, glaube ich, ist das gewesen. Da waren wir noch Partner des Formel 1 Teams, ein Designer und dann eben die T-Touch. Ein Meilenstein auch in unserer Geschichte. Toll. Wahnsinnig umfangreiche Kollektion. Alles, wie gesagt, mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis ist jeden echt ans Herz zu legen. Vor allem die MotoGP-Uhren, die gibt es dann nämlich nächstes Jahr nicht mehr so. Nein. Also die jeweiligen Fahreruhren. Die sind doch vorher schon ausverkauft. Genau. Also schnell zugreifen, Weihnachten ist auch bald. Kleiner Augenzwinker an meine Frau. Wenn nur was verfügbar ist, schnell zugreifen. Und Michael G., wie schaut es aus? Knappe Kasse, oder? Das Konto gibt es ja. Okay. Dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen umschauen. Off-camera. Ich werde das einpacken hier, versorgen. Werden wir wieder aufs Motorrad schwingen. Ich glaube, ich hatte eh mittlerweile schon 10 Grad und da früher hat es 5 gehabt. Ja, ja, es war recht frisch. Es war wirklich frisch, ja. Jetzt habe ich immer noch nicht rauszogen. Danke für den Besuch. Danke für die Uhren. Vielen Dank für diese tolle Kooperation. Es ist uns echt eine Ehre, dass wir jetzt alle mit der Tesouhr auf der Rennstrecke werden uns jetzt gegenseitig stoppen und dann auslachen natürlich. Jetzt gibt es kein Schummeln mehr. Jetzt gibt es kein Schummeln mehr rein. Jetzt gibt es kein Schummeln. Bis auf die Zehntelsekunde. Ja. Vielen Dank. Wie gesagt, Dankeschön. Dass wir da sein durften und wir werden uns jetzt noch ein bisschen im Detail noch ein paar schöne Uhren unterhalten. Gerne. Danke. 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 Danke.